Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich habe hier schon verschiedenste Mode-Events erleben dürfen. Ich habe hier auch schon als DJ meine Auftritte gehabt. Also mit der Schweiz verbindet mich einiges. Models hast du auch schon gescoutet hier, oder? Einige Male schon. Ja, was heisst gescoutet? Also ich war bei verschiedensten Events in der Jury gesessen und konnte mir immer wieder ein Bild machen. Ich halte die Augen immer offen. Ich habe ja jetzt seit sieben Jahren in München meine eigene Modelagentur und jetzt auch in Hamburg eine Dependance. Und ich bin immer auf der Suche nach neuen Talenten. Und ja, demnächst bietet sich ja wieder eine Gelegenheit in der Schweiz. Du sprichst es gerade an, die Miss-Schweiz-Wahl am Samstagabend. Was ist der Grund, dass du da mit dabei bist? Ich wurde gefragt von den Veranstaltern, hättest du Zeit und Lust dabei zu sein. Wir hätten dich gern dabei, weil du eben viel Erfahrung mitbringst in Sachen Schönheit. Und ja klar, also bei einer Miss-Schweiz-Wahl in der Jury zu sitzen, ist natürlich aller Ehren wert. Ich habe schon mitbekommen, dass die Miss-Schweiz-Wahl in der Schweiz eine große Tradition hat und wirklich eine sehr hohe Qualität. Und als ich gefragt wurde und in meinen Kalender geschaut habe, habe ich sofort zugesagt. Und ich bin schon sehr aufgeregt. Das freut uns natürlich alle sehr. Was ist denn heutzutage eigentlich schön? Was macht für dich eine schöne Frau wie in der Schweiz aus? Ja, also um diese Frage zu beantworten, bräuchte man einige Jahre, denke ich. Also Schönheit ist etwas Subjektives. Jeder Mensch findet, ich sag mal, alles anders schön. Und insbesondere, wenn es um Menschen geht. Ich arbeite ja seit mittlerweile knapp 30 Jahren als Modelagent. Und tagtäglich streite ich mich mit meinen Kollegen und Kolleginnen, wenn es darum geht, neue Models aufzunehmen. Weil manchmal sage ich, hey, das Mädchen ist schön oder hübsch. Und die Kollegen sagen nein. Also klar, oft gibt es auch Übereinstimmungen, aber sehr oft auch eben Unterschiede, was unser Bewusstsein betrifft in Sachen Schönheit. Bei der Miss Schweiz-Wahl achte ich aber grundsätzlich oder werde ich darauf achten, dass eben gewisse Kriterien erfüllt sind. Beispielsweise ein symmetrisches Gesicht, beispielsweise eine positive Ausstrahlung, tolle Haare, schöne Augen. Also wirklich die klassischen Aspekte werden bei der Miss Schweiz-Wahl eine große Rolle spielen. Währenddessen, wenn es um Models geht heutzutage, ich komme gerade von der Fashion Week in Paris, bei den Models ist es durchaus einen Tick komplizierter geworden. Weil eben die Modedesigner sehr eigen sind. Und die wollen eben durch die Gesichter und die Persönlichkeiten auf dem Laufsteg inspiriert werden. Und diese Geschmäcker unterscheiden sich ähnlich wie auch die Mode selbst immer stärker. Was ist denn heutzutage gefragt auf dem Catwalk? Wenn du jetzt deine Eindrücke ein bisschen schildern kannst. Also was muss denn heute ein New Faces, das vielleicht auch für dich Thema ist, mitbringen, damit sie Chancen hat, irgendwann in Paris zu laufen? Ja, das ist es. Als ich eben in Paris mir ein Bild machen konnte über das, was gerade im Trend ist, welcher Typ, Model. Es ist schon eine andere Zeit jetzt, wie vor 15, 20 Jahren, wo ich in Paris angefangen habe als Modelagent. Da hat man noch diese Top-Riege, diese Top-Ten, sage ich mal, der Topmodels von Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista. Das war noch diese Ära. Jetzt gibt es diese Ära nicht mehr. Jetzt gibt es zwar, ich sag mal, die Gigi Hadid, die Bella Hadid, die Kylie Jenner, diese Riege, oder auch Kaya Gerber, die Tochter von Cindy Crawford. Ich sag mal, auch eine Art Top-Ten kann man hier heraus sehen. Aber das sind die, die, ich sag mal, mediatisiert sind. Heutzutage reicht es nicht allein, schön zu sein, eine tolle Figur zu haben und auch charakterlich cool drauf zu sein, sondern man muss einen gewissen medialen Hintergrund mitbringen. Und wenn man eben eine Mutter hat, die Cindy Crawford heißt, dann hat man natürlich eine ganz andere Basis, um von sich reden zu machen. Wenn man Gigi Hadid und Bella Hadid heißt und aus einer Reality-Show-Geschichte hervorkommt, dann hat man einen anderen Background. Und das ist heutzutage sehr stark gefragt. Man mag darüber diskutieren, ob das eine gute oder schlechte Entwicklung ist. Oft ist es für die anderen Models, ja, außer diesen Top-Ten, sehr, sehr schwierig, sag ich mal, an große Deals ranzukommen. Auf den Laufstegen sieht man immer wieder auch neue Gesichter, interessante Gesichter. Aber wenn es um die Kampagnen geht, ja, dann werden die meistens aufgeteilt unter den Top-Ten. Ja, also wenn ein Model jetzt, sag ich mal, heute für Chanel auf dem Laufsteg zu sehen ist, das wäre... Heißt das nicht, dass sie dann auch für die ganz große Putsche-Kampagne... Genau, vor zehn Jahren wäre das ein riesen Durchbruch gewesen, ja, weil dann heißt es, man kann auch die Kampagne bekommen. Heute läuft man die Chanel-Show. Chanel hat eine Kabine oder eine Anzahl von Models von etwa 30, ja. Von diesen 30 sind meistens so 20 bis 25 neu auf dem Laufsteg. Die sieht man eine Saison und in der nächsten Saison werden sie schon wieder ausgetauscht. Also es ist sehr schnelllebig geworden. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, welcher Typ ist gefragt? Die Typen, die heutzutage gefragt sind auf dem Laufsteg, sind in Anführungszeichen interessant. Nicht schön, sondern sie sind interessant, finde ich spannend. Ja, eben. Oder besonders. Besonders, besonders. Also der eine findet sie schön, der andere weniger schön, der andere findet sie interessant, der andere findet sie weniger interessant. Also das ist ganz, ganz schwierig jetzt zu definieren. Klassisch schön sieht man sehr selten auf dem Laufsteg. Klassisch schön sieht man hoffentlich bei der Miss Schweiz war. Wollte ich gerade sagen, da müsste das ja noch ein Thema sein, das hast du auch vorher angesprochen. Trotzdem auch die Medialität, die wird ja im Model-Business, aber auch bei einer Miss Schweiz, glaube ich, gross und wichtig. Also im Model-Business musst du ja heute einen Social-Media-Kanal haben mit einigen Tausend, Zehntausend von Followern. Das ist beinahe wichtiger, höre ich immer wieder wie das Model-Book. Und bei der Miss Schweiz-Wahl geht es ja schon auch in diese Richtung, dass eine Miss eben auch ihre Fans haben muss auf diesen Plattformen. Wie schätzt du diese? Also Social-Media sind ja ein neues Medium, was sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat und sehr wichtig geworden ist. Bei den jungen Menschen zum Teil wichtiger als Funk und Fernsehen. Deshalb ist das nicht zu unterschätzen und auch Funk und Fernsehen setzen immer mehr auf Social-Media, weil sie eben halt die junge Zielgruppe erreichen wollen damit. Bei der Miss Schweiz-Wahl denke ich, ist es natürlich auch sehr erstrebenswert, dass man über Social-Media auch viele junge Leute und seine Fanbase auch erreichen kann. Ich bin kein großer Fan, wenn es, ich sag mal, Überhand nimmt. Also ich finde, Social-Media sollten ein Tool bleiben, ein Kommunikationstool für Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, ob es Models sind oder die Miss Schweiz. Aber es sollte nicht Überhand nehmen. Denn letztlich, was für mich auch schlaggebend sein sollte in erster Linie, ist eben die Schönheit, Charakter und Persönlichkeit. Und ob jetzt jemand, ich sag mal, 10.000 oder 100.000 Follower hat, sollte meines Erachtens zweitrangig sein. Nun gibt es viele Brands und Kunden da draußen, die setzen eben auf diese Schiene und sagen, ja, je mehr Follower, desto interessanter für uns. Und missachten eigentlich, worauf es letztlich ankommt. Auf die Persönlichkeit, auf die Schönheit, auf natürlich auch eine tolle Figur. Auf diese Kriterien achten viele Brands nicht mehr so viel. Aber mittlerweile stelle ich einen Trend fest, der auch wieder in die Zeit davor geht. Weil viele Brands haben blind auf Follower-Zahlen gesetzt. Die dann auch gekauft waren, im schlechtesten Fall. Genau, zum Teil auch eben Fake-Follower waren. Und blind auf diese Nummer gesetzt so sehr, dass sie dann irgendwann beim Ergebnis gesehen haben, also in der Hinsicht, dass angenommen eine Modemarke hat jetzt einen Influencer engagiert für eine Kampagne, in der Hoffnung, dass der Influencer natürlich die Social-Media-Plattform als Werbeplattform auch anbietet. Und am Ende des Tages sieht man, okay, die Umsatzzahlen steigen nicht unbedingt ins Unermessliche, weil Follower-Zahlen allein reichen nicht. Die Qualität der Follower... Das ist schlussendlich entscheidend. Genau, das ist sehr entscheidend. Und die Brands und die Marken befassen sich immer mehr damit, sodass jetzt auch wieder ein Trend in die Richtung geht, zu sagen, okay, nee, nicht unbedingt hohe Follower-Zahlen, sondern lieber Qualität und Persönlichkeit und Markter. Das finde ich klasse. Wir schauen uns mal kurz an, was du so geleistet hast in den letzten paar Jahren und woher wir dich auch kennen. Da geht es ja auch eben sehr um die Formen dieser Schönheiten und Persönlichkeiten. Ihr wisst, es geht jetzt langsam wirklich um die Wurst. Ja, wir kommen auf die letzte Entscheidung vor dem Finale zu. Ich dich an einer Krawatte festhalte. Aber du lässt dich los. Ich lass mich los. Mach mal den Arm noch ein bisschen weiter nach hinten. Ah! So wie du auch hier hin und her gelaufen bist, das war eher wie eine Hostess auf einer Cocktail-Party. Was ist eigentlich dein Traum? Ja, ich möchte Topmel sein. Von diesem Traum bist du gerade Lichtjahre entfernt. Was ist los? Mein ganzes Gewicht geht auf mein nächstes Arm. Heißt das, dass du aufgeben willst? Nein. Wieso meckerst du dann die ganze Zeit? Weil das weh tut. Wenn du zu einem Job gehst, darfst du nicht meckern. Ich meckere nicht. Doch, du meckerst. Du, wie ist das eigentlich für dich, wenn du dich selber siehst am Fernsehen? Ja, komisch. Auf jeden Fall komisch. Denn ich mag meine Stimme schon mal gar nicht. Geht ja vielen so. Ja, das kommt immer komisch. Aber was die Inhalte betrifft, viele denken, der Payman ist ein harter Hund. Genau, das höre ich auch immer. Das ist so der böse Onkel, das ist der Dieter Bohlen von Next Topmodel und was weiß ich. Mittlerweile haben aber auch viele gecheckt, dass die Welt da draußen doch sehr hart ist. Das ist kein Zuckerschlecken, das ist kein Ponyhof und das ist schon lange kein Wunschkonzert. Insofern ist es besser, wenn man den Leuten im Vorfeld, gerade die, die diese Richtung einschlagen wollen und diese Karriere machen wollen, denen am Anfang zu sagen, hey, das kommt auf dich zu, hey. Das kommt auf dich zu und überlegst sie lieber zweimal, bevor du alles auf diese Karte setzt. Weil wir haben es hier mit jungen Leuten zu tun, die eben alles sehr schnell auf diese Karte setzen. Also wenn man sich diese ganz viele Castingshows anschaut, DSS ist ein gutes Beispiel. Viele setzen auf diese Nummer, viele junge Leute und oft scheitern sie. Und treffen dann ja komplett ab. Genau. Nicht ganz ungefährlich. Genau, die drehen sich die ganze Zeit nur im Kreis, statt dass sie irgendwas Handfestes in ihrem Leben gelernt haben. Ich meine, der Dieter Bohlen, der sagt sogar den Kandidaten und Kandidatinnen, hey, mach was Richtiges in deinem Leben. Aber viele checken es nicht, viele wollen ins Fernsehen, viele suchen das Rampenlicht und scheitern sehr oft. Wichtig ist es, dass man, wenn man Model werden möchte, weiß, was auf einen zukommt. Und wenn dann eben in diesem Beitrag kurz gesehen, jemand da in dieser Position auch noch liegt und einfach nur stillhalten soll und anfängt zu meckern, dann geht das natürlich nicht. Dann muss man eben dieser Person sagen, hey, weißt du was, du hast dich für den falschen Beruf entschieden. Und das ist ein Beruf. Das ist eben nicht nur Glamour. Das ist nicht nur Party. Das ist nicht nur viel Geld. Das ist oft richtig hart, teilweise auch. Das sieht man ja dann auch. Wo du mitunter heute auch sagst, Jeremy's Next Topmodel, das ist auch sehr weit von der Realität weg am Ende des Tages. Ja. Also heute spürt man oft auch so ein bisschen ein nicht mehr ganz so entspanntes Verhältnis zum Format. Woher kommt das? Ich habe ein durchaus entspanntes Verhältnis zu dem Format und ich verfolge das hin und wieder, sofern ich die Zeit habe und beim Zappen auch manchmal hängen bleibe. Und ich würde gar nicht sagen, dass es so realitätsfremd ist, was man da in der Sendung zu sehen bekommt. Und klar gibt es hin und wieder Situationen oder Castings oder Challenges, die für, ich sag mal, den normalen Zuschauer nicht zu begreifen sind. Dass der Zuschauer sagt, das kann doch nicht sein, dass die irgendwie von einem Hochhaus mit Bungie-Seil springen müssen. Das passiert. Ich habe tagtäglich Castings auf dem Tisch liegen, wo Kunden auf mich zukommen und sagen, hey, hast du nicht ein Model, das mit Elefanten... Bungie-Jumpen kann. Ja, oder mit Elefanten und Löwen fotografieren kann, ohne Angst zu haben oder sowas. Also es passiert, wenn man sich vorstellt, was Kunden manchmal für Vorstellungen haben und für Wünsche haben für Fotoproduktion, da versteht man die Welt nicht mehr. Insofern ist es, klar ist es hier ein bisschen... Überspitzt. Ein bisschen überspitzt dargestellt oder vielleicht sind die Aufgaben ein bisschen härter als in der Realität. Aber lieber setzt du ein Stück drauf und beratest die Leute wirklich darauf vor, als dass sie dann später negativ überrascht werden. Natürlich, und das ist kein Geheimnis, ist der Unterhaltungsaspekt dabei, spielt natürlich auch eine Rolle. Und natürlich wird das dann auch so zurechtgeschnitten, dass dann der Zuschauer nicht nach fünf Minuten gelangweilt auf einen anderen Sender schaltet und Tatort schaut. Du bist 1994 in eine kleine Agentur eingestiegen. Was hat dich denn damals so gereizt an diesem Model-Business? Es ist jetzt nicht unbedingt der Traumjob eines jungen, intelligenten Mannes, der jetzt... Ja, okay, gut, doch, ja, immer nur schöne Fragen. Ja, danke schon mal für die Komplimente, jung und intelligent, das war mal. Also zumindest... Also deine Eltern haben das ja auch sehr so gesehen, die hätten ja, glaube ich, auch lieber gehabt, wenn du in erster Linie mal studiert. Ja, 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 mein Papa, Gott segne ihn, für ihn sollte ich natürlich erstmal entweder Arzt werden oder Ingenieur, ja, das ist halt üblich bei den Persern. Ich wurde weder Arzt noch Ingenieur. Ich habe BWL studiert, also Betriebswirtschaft in Frankfurt und das studiert man, wenn man nicht weiß, was man in seinem Leben anfangen möchte. So nach dem Motto, okay, ich studiere erstmal Wirtschaft und es wird schon was richtig, irgendwas wird sich schon ergeben, ja. Mit Wirtschaft setzt man meistens auf die richtige Nummer. Aber, nachdem ich mein Vordiplom, mein Bachelor gemacht hatte und während meines Hauptdiploms total orientierungslos und wahllos irgendwelche Seminare belegt habe, kam ich irgendwann zu dem Schluss, vielleicht sollte ich mir die Realität da draußen mal anschauen, vielleicht sollte ich irgendwo mal ein Praktikum machen. Das heißt, das Leben in der Praxis einfach mal erleben. Und dann habe ich eine Stadtillustrierte in Frankfurt gelesen, die Prinz damals und da kam eine Ausgabe raus, auf dem Cover hieß es 202 interessante Jobs. Und da dachte ich so, also bei 202 interessanten Jobs muss ja einer dabei sein. Muss ja einer dabei sein. Und dann bin ich halt, da waren tatsächlich sehr, sehr interessante Jobs dabei. Fotograf, Regisseur, Kameramann, Tontechniker, Sänger, Schauspieler, was auch immer. Und da hieß es dann, okay, folgende Kriterien muss man erfüllen, um diesen und jenen Job erfolgreich auszuüben. Und dann bin ich diese Liste halt durchgegangen und bei den meisten Jobs hat es dann an der Kreativität beispielsweise gefehlt. Ich gebe es offen zu. In der Hinsicht, also wenn es um künstlerische Talente geht, bin ich jetzt nicht so der Begabte. Aber dann bei dem Job des Modelagenten bin ich hängen geblieben. Warum? Man muss teamfähig sein, man muss sprachbegabt sein, man muss eine gewisse Reiselust mitbringen und man muss die Liebe an der Mode auch haben. Ja, und Ästhetik. Und dann überall konnte ich ein Häkchen machen, sodass ich dann gesagt habe, okay... Das probiere ich aus. Das probiere ich aus. Dann habe ich mich beworben bei einer kleinen Agentur in Frankfurt, wurde aufgenommen, habe dort mein Praktikum absolviert, als Assistent weitergearbeitet. Und irgendwann bin ich in die große, weite Welt, nämlich nach Paris. Wie fand das denn dein Vater? Ich war sehr überrascht. Also ich hatte auch schlaflose Nächte, als ich eben die Entscheidung getroffen hatte, mein Studium abzubrechen. Und eben als Modelagent durchzustarten. Ich dachte, mein Vater würde da überhaupt nicht mitspielen wollen und würde absolut mich enterben und was weiß ich. Also Drama pur, hatte ich mir schon vorgestellt. Aber es kam alles anders. Ich war wirklich überrascht. Also mein Vater hat mich manchmal richtig überrascht. Eines Abends habe ich mich mit dem Unterhalt und habe gesagt, du Papa, so sieht es aus. Das werde ich machen und das möchte ich machen. Und dann habe ich gesagt, Sohn, weißt du was, wenn du der Sache wirklich sicher bist, wenn du davon überzeugt bist, dass du diesen Job erfolgreich absolvieren kannst, dann hast du meinen Segen. Das überrascht, weil dein Vater ja eigentlich auch ein sehr strenger Vater war, oder? Streng, ja, absolut streng. Wir waren aber auch drei Söhne, eigentlich vier Söhne. Mein Cousin ist mit uns aufgewachsen. Der ist später dann nach New York und ist jetzt zur Chirurg. Und meine zwei Brüder, also Waffa, Omid und mein Cousin Shahin und ich, Payman. Also wir waren vier Jungs. Es war wie eine Kaserne. Wir waren alle in einem Schlafzimmer mit Etagenbett. Ich lag oben und alle anderen so verteilt. Und eben wie eine Kaserne. Also es war nicht einfach für meinen Vater, sage ich mal, vier Jungs aufzuziehen. Und natürlich braucht es in so einer Situation wahrscheinlich auch eine gewisse Stringe. Und einfach eine gewisse Disziplin, um, ich sag mal, ordentlich zusammenleben zu können. Und das hat er uns beigebracht. Und natürlich gab es in unserer Kindheit Momente, wo wir dachten, okay, es wäre schöner, auch mal abends länger wegzubleiben oder gewisse Freiheiten zu genießen, wie unsere Freunde und Kollegen. Und ja, das hat man sich damals gewünscht. Aber so im Nachhinein, wenn ich mir anschaue, was aus alten Freunden und Kollegen geworden ist und was aus uns geworden ist, ziehe ich meinen Hut vor meinem Vater und sage, okay, er war streng, aber das alles hat irgendwo Sinn gemacht. Ja, und ich würde nicht sagen, dass ich eins zu eins der gleiche Papa wäre. Ich habe noch keine Kinder, wenn ich eines Tages Kinder haben sollte. Vielleicht würde ich meinen Kindern ein bisschen mehr Freiheiten geben. Aber gut, wir leben auch in einer anderen Zeit. Und Zeit, oh ja, ja, man kann ja heute vieles gar nicht mehr machen, was man früher... Ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen, aber eine gewisse Ordnung und Disziplin würde ich versuchen, auch meinen Kindern beizubringen. Das heisst, das, was mein Vater mir und er uns auf den Weg gegeben hat, mit auf den Weg gegeben hat, ich denke, das würden wir dann auch in einer gewissen Art und Weise, auf unsere Art und Weise weitergeben. Dein Vater, man hört das jetzt auch, hatte schon eine ganz spezielle Beziehung auch zu dir, oder? Ihr wart auch schon sehr eng. Ja, mein Vater. Du und dein Vater. Ja, absolut. Also, ich habe grossen Respekt vor ihm gehabt. Er war auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise mein Vorbild. Und wenn man sich das alles mal vor Augen führt und Revue passieren lässt, was mein Vater durchgemacht hat und wie er es geschafft hat, uns aufzuziehen und in dieser schwierigen Situation als Flüchtlinge. Mein Vater hat früher für den Shah gearbeitet, im Iran, in den 70ern. Und 79, als die Revolution war, mussten wir flüchten, Hals über Kopf, haben wir alles, was mein Vater dort aufgebaut hatte, da liegen lassen. Stehen und liegen lassen. Stehen und liegen lassen. Und dann sind wir nach Deutschland und von Null das alles aufzubauen und uns großzuziehen, zu ernähren, zu erziehen. Also, es gibt nicht viele Männer da draußen, die das stemmen können. Ja, wie hast du diese Flucht erlebt? Als Achtjähriger warst du damals. Ja, ich war ja, oder bin der Jüngste in der Familie. Und ich habe in dem Alter, hatte ich anderes im Kopf als Politik. Ja, und als dann plötzlich auf den Straßen Unruhen waren und Demonstrationen und die Leute auf die Straße gegangen sind und gegen den Shah demonstriert haben, waren wir weitestgehend eben in unserem, im Haus. Ja, und wir sind nicht auf die Straße gegangen. Aber mir ist das alles nicht entgangen. Und ich habe natürlich immer meine Eltern, insbesondere meine Mutter, gefragt, ja, was ist denn da draußen los? Ach, die Leute, die feiern und machen und tun. Und ich habe es so stehen lassen. Also, ich habe mir da gar nicht groß in den Kopf gemacht darüber. Und als wir dann plötzlich auf der Flucht waren, unsere Wohnung verlassen haben und eben von Familie zu Familie gefahren sind, in der Hoffnung, nicht von den Revolutionswächern damals erwischt zu werden, da kam mir das alles wie ein Abenteuer vor. Als Kind habe ich es schon geliebt, zu reisen und andere Menschen zu besuchen und viel zu erleben. Und das war für mich aufregend. Ich dachte, hey, wie cool ist das denn? Wir reisen jetzt nach Deutschland und beginnen ein neues Leben. Das war natürlich die große Reise dann, als wir in den Flieger gestiegen sind in Teheran und plötzlich in Frankfurt waren. Und das war das erste Mal, dass ich im Flugzeug saß mit 18 Jahren. Das war sehr aufregend. Ich dachte so, wow, wir fliegen jetzt und nach Deutschland. Und Mama, wann geht es denn wieder zurück? Ach, in ein paar Wochen geht es wieder zurück. Mittlerweile sind 39 Jahre vergangen und ich war nicht zurück. Das ist eine lange Reise. Was hatte denn die Mutter für eine Rolle in diesem ganzen Konstrukt? Ja, meine Mutter ist natürlich die einzige Frau gewesen in der Familie. Mit fünf Männern im Haus, das ist ja schon verrückt. Fünf sturen Männern zum Teil. Also wir waren alle zwar, ja, hatten unsere Eigenarten, sag ich mal, aber letztlich haben wir, und das haben wir auch meinem Vater zu verdanken, mein Vater hat immer gesagt, ihr müsst eure Mutter auch unterstützen. Sie kann jetzt nicht für euch die ganze Zeit das Haus putzen, eure Wäsche waschen und kochen. Und deshalb wurden wir ihm auch so erzogen, dass wir heute auch sehr eigenständig leben können. Bis auf Omid, wegen anderen Gründen. Omid hat ja das Down-Syndrom. Das ist ja ein älterer Bruder. Richtig. Er erklärt noch. Richtig. Aber ja, um das zu Ende zu führen, ja, wir haben es gelernt, eigenständig zu leben. Also ich habe viele Jahre auch alleine gelebt und ich kann kochen, das Nötigste. Ich kann waschen, Wäsche waschen, ich kann putzen. Ich kann mich um mich selber kümmern. Und das kann mein Bruder Wafa und mein Cousin Sahin auch. Omid eben nicht, weil er das Down-Syndrom hat. Aber Omid ist auch sehr, ich sag mal, hat quasi gewisse Charakteristiken meines Vaters auch übernommen. Echt? Was heißt das konkret? Wo lebt überhaupt Omid? Lebt er bei der Mutter noch? Nein, nein. Seitdem mein Vater nicht mehr lebt, gezwungenermaßen konnte er eben nicht mehr bei meinen Eltern leben. Weil meine Mutter selber auch jetzt pflegebedürftig ist. Sie ist ja auch schon knapp 80 Jahre alt. Und Omid lebt jetzt in einem Heim für Menschen mit Behinderung. Und arbeitet seit vielen, vielen Jahren in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in den Braunheimer Werkstätten in Frankfurt. Ja. Und ich glaube, du hast sehr viel auch von ihm profitiert. Also ich habe immer mal wieder gelesen, dass er dir auch immer wieder wegweisend ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben hat. Was sehr spannend ist, weil er eben dieses Down-Syndrom hat. Und wenn ich mir jetzt diese Konstellation vorstelle, zu viert in einem Zimmer. Und da einer davon, der hat dann auch noch eine leichte Behinderung. Also leicht, das ist ja dann je nach Ausprägung schon auch sehr starke Behinderung. Ja, was heißt Behinderung? Also viele denken, okay, wenn du das Down-Syndrom hast, dann bist du krank. Würde ich nicht sagen. Nee, das ist der falsche Ansatz. Genau, natürlich kannst du nicht eigenständig leben. Das ist die einzige Einschränkung meines Erachtens. Aber du hast, als Mensch mit Down-Syndrom hast du eigentlich nur ein Chromosom mehr. Ja, Trisomie 21. Und eigentlich haben die sogar mehr als wir. Aber ja, was Menschen mit Down-Syndrom auszeichnet, ist einfach, dass sie ein sehr, sehr großes Herz haben. Also das habe ich in den vielen Jahren, wo ich mich auch viel mit Menschen mit Down-Syndrom befasse, erleben dürfen. Dass Menschen mit Down-Syndrom sehr empfindsam sind, aber auch sehr, wirklich ein sehr, sehr großes Herz haben. Sehr, sehr ehrlich sind. Also Menschen mit Down-Syndrom können nicht lügen. Also wenn jetzt mein Bruder hier sitzen würde und hätte keine Lust hier zu sitzen, dann wäre er schon längst gegangen. Und ich behaupte mal, er hätte Lust hier zu sitzen, weil du siehst ja hübsch aus und er mag auch hübsche Frauen. Und er würde da, also wahrscheinlich hier diese Kanne Wasser schon ausgetrunken haben. Also wenn er aufgeregt ist, trinkt er sehr viel Wasser. Wir waren mal bei Markus Lanz in der Talkshow und er hat irgendwie zwei oder drei dieser Kanne Wasser ausgetrunken. Aus Nervosität. Aus absoluter Nervosität. Ja, also das sind so die Dinge, die ich von Omid gelernt habe eben. Ich würde nicht sagen, dass ich der ehrlichste Mensch auf Erden bin. Nein, keineswegs. Aber in gewissen Situationen... Auch mal zu sagen, was... Ja, weil am Ende des Tages, auch wenn es einem schwerfällt, ehrlich zu sein, in gewissen Situationen ist es vorteilhaft, direkt und ehrlich zu sein. Auch wenn es dem Gegenüber manchmal wehtut. Denn man spart sich viel Zeit und Energie. Und am Ende des Tages bringt es auch viel mehr, wenn man in schwierigen Situationen auch ehrlich ist. Das habe ich gerade in meinem Beruf als Modelagent auch immer wieder erleben dürfen. Wenn beispielsweise ein Model von mir irgendwie... Eine Einschätzung möchte? Ja, nicht nur das, aber auch ein klassisches Beispiel. Mein Model ist für einen Katalogjob gebucht. Und dann kommt ein anderer Kunde und der möchte das gleiche Model für eine Kampagne buchen. Und für die Kampagne zahlt natürlich viel mehr Geld. Und was würde man normalerweise machen? Man würde dem Katalogkunden sagen, okay, mein Model ist krank. Ja, und das Model dann der Kampagne geben. Nein, hier ist es auch besser, die Wahrheit zu sagen und dem Katalogkunden, so sehr es auch wehtun mag in dem Augenblick, zu sagen, weißt du was, da ist ein anderer Kunde, der zahlt viel mehr Geld. Ja, und dann weiß der Katalogkunde langfristig auch das zu schätzen. Ja, und dann baut man eine andere Vertrauensbasis auf mit dem Kunden, obwohl man ihm in dem Augenblick weh gezahnt hat. Das ist ein Ding. Oder eben halt, was ich auch von Omid gelernt habe, ist eben kleinere Dinge auch zu schätzen. Es geht eben nicht nur darum, viel Geld, großes Auto und ein tolles Leben zu haben, in der Hinsicht, dass man ein großes Haus hat und eine Pferde hat und Swimmingpool, sondern sich eben halt auch mal über ein Glas Wasser zu erfreuen. Was ich gar nicht gefragt habe, was eigentlich Schönheit, was ist für dich persönlich eigentlich eine schöne Frau? Interessiert das die Menschen da draußen? Ja, das interessiert mich. Das ist aber doof. Ich wollte mich jetzt rausreden aus der Nummer. Ja, ich habe es gedacht, den Rank hast du jetzt gerade nicht gekriegt. Ja, aber es ist schön, also individuell unterschiedlich. Also für mich ist meine Freundin eine schöne Frau. Du bist eine schöne Frau. Ja, ich kann das jetzt nicht irgendwie so ad hoc sagen. Also natürlich kommt, und das ist vielleicht auch eine Plattitüde, aber da ist wirklich was Wahres dran, das Gesamtpaket in der Hinsicht, dass eben halt die Ausstrahlung von innen auch kommt, für mich durchaus ausschlaggebend ist. Ich habe sehr viele hübsche Frauen gesehen in meinem Leben, auch mit vielen zu tun gehabt. Aber sobald sie ihren Mund aufgemacht haben, war die Schönheit zu Ende. Also ich lege wirklich großen Wert darauf. Vielleicht ist es auch altersbedingt, ja. Mit 20 habe ich wahrscheinlich... Auf andere Dinge geguckt. Ja, unter Schönheit was anderes verstanden. Aber jetzt mit meinen 25 Jahren sehe ich das anders. Und ich mit meinen 23, genau. Ja, wir sitzen beide im gleichen Boot, dann weisst du ja, wie das ist. Ich glaube schon, dass sich die Werte, ja, je älter man wird, mehr Richtung Sein bewegen anstatt Schein. Spürst du das auch jetzt so? Absolut. Wobei, ich möchte jetzt auch nicht hier den Heiligen spielen und sagen, Schein spielt überhaupt keine Rolle. Schein spielt auch eine Rolle. Aber das Sein ist natürlich, oder Charakter und Ausstrahlung, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wenn es eben halt um meine persönlichen, privaten Belange auch geht. Du hast vorher erwähnt, du hast eine Freundin, ihr seid aber nicht verheiratet, es gibt auch keine Kinder, es gibt noch Hunde. Genau, genau. Ja. Wieso gibt es keine Kinder? Weil es noch zu früh ist. Weil es noch zu früh ist. Ja, wir haben uns letzten Sommer kennengelernt, letztes Jahr, und es ist einfach noch zu früh. Also wir genießen jetzt jeden Tag, jeden Augenblick, den wir zusammen haben und auch mit den Hunden. Sie sind ja auch wie Kinder, die Hunde. Ja, sehr, ja. Ich habe viel über Hunde gelernt die letzten Monate und die sind mir auch ans Herz gewachsen. Und wie du gesagt hast, sie sind auch wie Kinder. Ich bin, ich habe mich auch, bevor ich meine Freundin kennengelernt habe und bevor ich Hunde im Haus hatte, habe ich Tiere schon immer geliebt. Ich wollte auch immer Haustiere haben, schon vor vielen Jahren. Aber mein Beruf und die Tatsache, dass ich viel auf Reisen bin, hat es mir nie erlaubt, eben Haustiere zu haben. Und man tut Haustieren auch keinen Gefallen, wenn man eben viel unterwegs ist. Deshalb habe ich mich eben halt auch für ein, für das Münchner Tierheim auch eingesetzt und arbeite da auch an neuen Projekten. Um eben zumindest diesen Bezug aufrechtzuerhalten. Nun, dass jetzt zwei Hunde im Haus sind, macht die Sache noch schöner. Ja, ich liebe diese Hunde, wirklich. Also Paco und Susa, wenn ihr zuschaut, hallo. Apropos Projekte, du hast ein spannendes Projekt am Start. Du suchst wieder Models an einer ganz großen Veranstaltung bei euch in Deutschland. Was ist das genau? Also World Club Dome, die Veranstalter kamen letztes Jahr auf mich zu und haben gesagt, hey, lass uns mal zusammen was machen. Und World Club Dome ist der größte Club der Welt. Das findet vom 1. Juni bis 3. Juni, also Freitag, Samstag, Sonntag, 1.2.3. Juni statt, in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Die weltgrößten DJs werden da auftreten, unter anderem Steve Aoki, David Guetta, Armin van Buren und wie sie heißen. Dieses Jahr ist es das sechste Jahr hintereinander, dass es diese Veranstaltung gibt. Und die wollten eben mit mir was machen. Dann haben sie gesagt, okay, Leute, ich kann zwar DJ, aber ich bin jetzt nicht so auf dem Niveau. Aber ich bin ein Modelagent und auf dem Gebiet kenne ich mich sehr gut aus. Und dann haben die gesagt, klar, dann lass uns doch in der Richtung was machen. Und dann haben wir ja ein Konzept aufgestellt, ein Model-Contest, eine Model-Competition. Also an sich haben wir das Ganze jetzt nicht neu erfunden, aber World Club Dome bietet uns die Möglichkeit, diese junge Zielgruppe zu erreichen. Weil World Club Dome spricht natürlich diese jungen Mädels an von 14 bis 20 Jahren. Und genau da sind eben diese Talente, die ich suche. Diese New Faces. Deshalb bietest du denen dann auch einen Model-Vertrag an. Also die Gewinnerin, die darf dann auch offiziell davon genießen, dass du schon sehr viel Erfahrung hast. Und die arbeitet dann auch bei euch. Genau, absolut. Und ja, diese Gelegenheit würde ich gerne auch wahrnehmen, die Leute dazu zu animieren, sie zu bewerben bei World Club Dome. Und gerade auch aus der Schweiz, im ganzen deutschsprachigen Raum, auch in Österreich, werden wir auf der Suche sein. Also wenn man sich aus der Schweiz auf der Seite von World Club Dome bewirbt oder auch Österreich und Deutschland, dann werde ich ein Auge drauf werfen auf diese Bewerbungen. Und die besten 20 Finalistinnen oder die besten 20 Bewerbungen kommen zum großen Finale am 2. Juni nach Frankfurt in die Commerzbank Arena. Da wird es eine große Mondenschau geben mit einer großen Jury. Und wir werden dann eben die Gewinnerin ermitteln, die bei meiner Agentur Paris Management einen Vertrag bekommt. Aber wir haben auch eine Kooperation mit bunte.de, die auch ein Shooting in Aussicht stellen für die Gewinnerin. Also wir haben gute Partner am Start. Und ich hoffe wirklich, dass wir da vielleicht das eine oder andere Topmodel finden. Wir schauen da auch mal kurz rein. Es ist alles da, was Rang und Namen hat. Also man muss jetzt nicht nur als Model teilnehmen, man kann auch diesen Event geniessen, weil es bietet doch einiges. Schauen wir schnell. Hey, Armin Pfein, herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn Sie reinschauen. Bis dahin eine gute Zeit. Haltet sich Sorge. Adi miteinander. Bis zum nächsten Mal.